Borussia Mönchengladbach kann aufatmen Frank Honorat, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen war, steht wieder im Kader für das anstehende Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Nach Angaben der Rheinischen Post hat er rechtsaußen seine Verletzung komplett auskuriert und trainiert wieder voll mit dem Team. Für Gladbach und Trainer Gerardo Seohane ist das eine überaus erfreuliche Nachricht. Denn Honorat war vor seiner Verletzung einer der dynamischsten Offensivspieler der Mannschaft. Seohane betonte in einem Interview, dass Honorat die Trainingsbelastung nach seiner Rückkehr gut verkraftet habe. Er hat die letzten Einheiten problemlos durchgezogen und fühlt sich körperlich stark. Wir sind optimistisch, dass er gegen Heidenheim in der Startelf stehen wird, sagte der Trainer. Diese positive Entwicklung sorgt bei den Fans und dem gesamten Team für neue Hoffnungen, nachdem Gladbach zuletzt eine Durchwachsene-Phase mit mehreren Niederlagen durchlaufen hat. Honorat könnte also genau zur richtigen Zeit zurückkehren. Um der Mannschaft wieder mehr Schwung zu verleihen. Besonders spannend wird die Frage, wie sich das Comeback von Honorat auf die Startaufstellung auswirken wird. Im letzten Spiel gegen Augsburg war Tom Wanara als rechtsaußen gestartet, konnte jedoch nicht vollständig überzeugen. Mit der Rückkehr von Honorat dürfte Wanara wieder auf der Bank Platz nehmen, was die Offensive der Fohlen neu beleben könnte. Honorats Tempo und seine Fähigkeit, gegnerische Abwehrreihen zu durchbrechen, sind genau die Qualitäten, die Gladbach in den kommenden Spielen dringend benötigt. Mit sechs Punkten aus den ersten sechs Spielen steht Borussia Mönchengladbach derzeit auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle. Der Druck auf Trainer Seohane wächst, da die nächsten Partien über seine Zukunft entscheiden könnten. Gerade deshalb kommt die Rückkehr von Honorat zur rechten Zeit. Ein Sieg gegen Heidenheim könnte nicht nur Seohane den Rücken stärken, sondern auch das Selbstbewusstsein des Teams deutlich heben. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen phasenweise guten Fußball gezeigt, aber oft fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Genau hier könnte Honorat den Unterschied machen. Viele Fans hatten bereits überlegt, wie die Fohlen ohne Honorat zurechtkommen würden. Und die Ergebnisse waren durchwachsen. Jetzt aber, mit einem fast wieder kompletten Kader, gibt es Hoffnung, dass Borussia Mönchengladbach die Trendwende schafft und die kommenden Spiele erfolgreicher gestalten kann. Gegen Heidenheim wird es darauf ankommen, die Defensive stabil zu halten und im Angriff gezielte Akzente zu setzen. Honorat könnte dabei der Schlüsselspieler sein, um das Spiel zu entscheiden. Natürlich bleibt auch abzuwarten, wie sich die anderen Rückkehrer und Neuzugänge in die Mannschaft integrieren. Aber eins ist sicher. Mit Frank Honorat auf dem Platz hat Borussia Mönchengladbach wieder eine offensive Waffe, die jederzeit für Gefahr sorgen kann. Wird das der Wendepunkt in der Saison der Fohlen? Was denkt ihr? Ist die Rückkehr von Honorat der entscheidende Faktor für Gladbachs Erfolg in den kommenden Spielen? Teilt eure Meinung in den Kommentaren.